Das Arisch-Fork-Festival startet heute mit einer Neuerung. Erstmals gibt es Bändchen, die die Eintrittsberechtigung anzeigen. Diese drei netten Herren haben dieses Jahr die Festivalbändchen gespendet, die Sie an den Handgelenken sehen können. Die Besucher bekommen dann immer am Eingang, immer an dem Tag an dem sie kommen, beziehungsweise das grüne Bändchen gibt es dann für alle drei Tage. Das ist dann eine schöne Erinnerung für die Besucher, weil die sind schon seit langem gewünscht worden. Auch von uns war aber bisher finanziell nicht möglich. Wir machen das für uns möglich und machen damit auch das Arisch-Fork-Festival viel professioneller als es eigentlich schon ist. Also ein großes Dankeschön dann an die Goldbeckerei Grote und das Ingenieurbüro Koch & Partner für die Spende für diese Bändchen. Das Festival startet heute Abend mit dem Opening, bevor es am Freitag und Samstag so richtig in der Balverhöhle losgeht. Mit dem Bändchen gibt es ein Souvenir mehr für die Besucher. Karten gibt es übrigens noch an der Abendkasse. Karten gibt es übrigens noch ein paar Jahre, bis zum Beispiel das Geldbeckerei Grote, Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.